good morning in the morning und herzlich willkommen zu einem erneuten let's play hier mit heyday ja großzügige lieferwagenbestellungen event ist gerade dran ja es könnte jetzt ja ich möchte noch mal daran erinnern an der verlosung teilzunehmen und zwar für ein heyday poster wer ein heyday poster haben will ich habe mal einen short gepostet jeder der darunter geschrieben hat macht daran automatisch mit und ich verlose das sobald wir die 1000 abonnenten erreicht haben und das ist er jetzt bald ja ja das ging jetzt richtig viel schneller als ich dachte also auf jeden fall sehr cool nur könnte sein dass das vielleicht diesen monat schaffen wenn das so weitergeht aber kann auch sein erst nächsten monat 1 und 1 toll das kann ich so genau noch gar nicht sagen wir kriegen und wartet mal muss man eben was gucken ist hier jemand es hat geklingelt so bing ne ist nur ein kind noch mal drehen ich will eigentlich nur immer die diese bodenplatten weil man weiß ja nicht wofür man es mal braucht komm ich mache noch mal das ist egal ich mache noch mal ja es hat sich gelohnt na bitte also diese bodenplatten die sammle ich weil man weiß ja nicht so genau irgendwann werde ich sie brauchen dekorieren und die kosten halt alles diamanten immer deswegen ist das schon gar nicht so schlecht jetzt habe ich aber kein geschenk bekommen komisch so gucken einmal hier rein belade und in sende vier schiffe ja toll das schiff jetzt kann ich nicht beladen heißt der drei stadtbesucher im reservat willkommen ach das ist auch wieder so eine aufgabe aber kommen also das hier mache ich auf hilfe 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 nein also das 1 habe ich okay 1 habe ich und das hier kann ich erbeten ich hoffe mindestens drei stück mal gucken also das ist wirklich ein horrorschiff ein horrorschiff fünf stück kann ich sogar erbeten das ist sehr gut gucken einmal in die zeitung nein 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 nix okay ja derby ist zu ende da gucken wir auch mal rein siebter platz ja man kann ja nicht immer gewinnen kommen ich will meine belohnungen ich will meine belohnungen ich habe schon gesehen ich werde diesmal nicht mischen das habe ich beim letzten mal auch gesagt ne ich werde tatsächlich dass das das wobei weiß ich ehrlich gesagt gar nicht kann man sehen wie viele sterne das sind das 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 ach komm wehe dass das kommt zum tauschen also dann bin ich ein bisschen leicht säuerlich da nehme ich das und da nehme ich das oder das ja komm machen wir so jetzt bin ich mal gespannt ja ich wusste es das ist ja ultra gemein also naja das finde ich gar nicht cool das finde ich sollte nicht so sein naja das sollte auf gar keinen fall so sein das ist ziemlich arschig das ist die müssten eigentlich so wie bei na gut wir tauschen gegen ich habe bestimmt noch so ein paar low dinger die die man tauschen kann oder so ein paar sachen die ich wirklich überhaupt nicht brauche wo ich mir so denke so nee brauchen wir nicht hier kommen wir tauschen dagegen das ist eigentlich 40 prozent ja kann man für ein event gebrauchen dann gehen wir mal weiter nach hinten da haben wir oh da sind ein paar zwei sterne dinger nur tja haben wir nicht so was richtig richtig schlechtes nö ok dann machen wir hier so zwei sterne wobei das natürlich hier xp und so ist finde ich persönlich besser hier das hier interessiert mich eigentlich zum beispiel überhaupt nicht dieser vogel also oder geld soll ich gegen geld weg machen maschinen schneller ganz ehrlich brauche ich nicht maschinen schneller äh nee nee brauche ich nicht so dann also ich wollte eigentlich heute umstellen und zwar guck mal ich habe es oh nein ich habe so richtig probleme mit den bäumen hier das muss auf jeden fall geändert werden aber mache ich jetzt noch nicht ähm und die bäume mache ich wahrscheinlich weg weil die gefallen mir auch gar nicht ähm ich habe hier schon bäume gekauft für den hintergrund habe ich so ein bisschen abwechselnd gemacht das war schweineteuer diese ähm lillernen haben einfach 25 blaue gekostet dann habe ich mal nachgeguckt wie viel blaue ich habe und habe mir gedacht nein mach das nicht mehr ähm ich hatte nämlich gar nicht so viel blau ja also ich sollte das auf keinen fall mehr machen weil die blauen äh sollte ich für was anderes aufheben definitiv also ich brauche auf jeden fall blaue demnächst mal so das machen wir mal weg dann hier bohnen die ganzen standard sachen habe ich im moment oh sehr gut sehr gut da haben wir auf jeden fall schon einige geholfen ähm oh nein darf ja nicht wahr sein ich verkaufe jetzt einfach hier komm ist egal hä fang passier erreicht okay ey das ist der wahnsinn so weg 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 und weg es ist so schönes wetter wieder ich freue mich total es ist so richtig schönes wetter einfach ähm das ist mega genial so jetzt haben wir hier wieder punkte bekommen das nehmen wir das nehmen wir natürlich gerne das hier und da mache ich äh da das mache ich ja dann das boah ich habe das Gefühl ich bin der letzte der ähm hier guck mal jetzt werden hier andauernd wohl irgendwo Diamanten verteilt ich kriege die nie ab weil ich nie online bin haha ich kriege die nie ab egal ist auch nicht so schlimm ich habe eigentlich Diamanten genug so jetzt brauche ich nur noch das aber das mache ich dann beim Derby und ich habe ja überlegt tue ich heute ähm na sagt mal schnell tue ich heute dekorieren die Farben weiter oder fahre ich hier ein bisschen rum und ich habe entschieden ich fahre ein bisschen rum weil ich habe 99 so jetzt habe ich selber eben äh das Ding hier abgebrochen super weil ich einen Screenshot machen wollte das ist natürlich sehr blöd weil ähm jetzt muss es gleich am PC zusammenschneiden ja selber schuld so also wir werden jetzt hier einmal ein bisschen rumfahren muss mal kurz gucken ist da jemand bei uns im Garten ich bin hier nur am hin und her gucken ähm nö ist aber keiner ich höre die ganze Zeit stimmen ich höre stimmen so dann setze ich mich hier hin hier habe ich alles im Blick so geben wir das ab also wie gesagt ich fahre jetzt ein bisschen auf jeden Fall hier rum tägliche Quest und ich das Schwein das habe ich letztens nicht gemacht guck mal die haben gelockt und man kriegt nichts das habe ich letztens schon und das fand ich auch richtig doof also ich komme ja echt immer öfter auch mal ein bisschen veräppelt vor von den Spielen ja das wackelt da oben und ich denke mir so okay hast du gratis Sprit Sprit und fährst extra hin und dann ist nichts mhm das war nämlich letztens so bin ich mit meinem letzten Sprit bin ich da hingefahren und dann gab es gar nichts das war richtig richtig enttäuschend also ich habe auch fast geweint ja so gucken wir weiter alles hier Kirschen da muss ich einen Kreis fahren und dann wieder hoch ich weiß noch früher war das glaube ich unendlich das hat sich glaube ich irgendwie immer lang gezogen und jetzt sind die viel kleiner also viel viel kleiner ich habe gar keine Punkte kann das sein bis ich hier die tausend erreiche das ist jedes mal ich sage euch Tiere einfach viel besser mit Zootieren einfach hundertmal besser ja da habe ich da hätte ich jetzt schon die ersten Sachen gekauft ähm bei diesem bei diesem Markt und diesmal sind sogar coole Sachen dabei ja aber so schaffe ich das eh nicht da hole ich nur den Hauptgewinn einmal ab und Ferti äh Ferti Paletti das habe ich gar nicht hier einmal abschließen ne da gehe ich jetzt nicht zur Sprit Tankstelle gehe ich hier hin guckt mal was man mit 99 Sprit äh nur an Punkten bekommt ich gebe die ganze Zeit gebe ich Sachen ab Tools äh nicht Tools ähm Materialien das habe ich ja noch also wenn Zootiere da sind gebt ihr ja nichts ab ihr holt nur die Zootiere ihr gebt die ab und wenn ihr dann äh wiederkommt dann habt ihr einfach mal so 300 von der Farbe 200 von der 150 von der da habt ihr so richtig übertrieben viel und hier gar nichts äh das ist echt ein Witz ja also ich bin gar kein Freund davon leider also ich freue mich wieder aufs nächste Tal ähm weil ja könnt ihr ja mal schreiben äh wie euch das gefällt findet ihr das mit den Hühnern besser oder findet ihr das mit den Zootieren besser dann fangen wir da da kräht schon wieder ein Huhn ich habe eben auch hä was fehlt mir denn hier habe ich das nicht komisch nein ja kaputt auch noch also ich bin kein Freund davon ich sag's euch ich sag's wie es ist mhm so nochmal 6 Sprit ja guck mal 300 300 400 habe ich das ist einfach nix das ist einfach nix so und wir werden jetzt hier die Kiste aufmachen guckt mal und die das ist das nämlich ne guckt mal die ist direkt rein gegangen also da muss ich nicht entscheiden die geht einfach in mein Lager rein äh das ist auch gut das ist auch gut ich glaube die ist jetzt wahrscheinlich die ganze am Ende ja die ist ganz am Ende ähm und die andere die ist einfach so ähm ne musste dann eine andere tauschen finde ich nicht okay weil das ist ja auch beim Derby das ist ja eine Belohnung die sollte auch einfach so ähm ins Inventar gehen ohne dass man ähm mit Diamanten zahlen muss dass man die behalten kann und ohne dass man die tauschen muss finde ich ne also aber da könnt ihr natürlich wenn ihr anderer Meinung seid auch mal gerne schreiben so das Glücksbonusschwein meine Güte hier fünf Gold oh neun blaue yes yes cool fünf Honig ja ist gut nächste Runde boah fünf blaue äh neun blaue sehr sehr cool fünf Lillane oh ein Permit oder wie das heißt ne Bombe ne Bombe ja drei Federsch- nein nein ja jetzt machen wir weiter ist auch egal ja jetzt kann man hier auch alles aufmachen fünf Schokoladis fünf das ja nächste Runde letzte Runde wer will noch mal wer hat noch nicht so oh Puzzleteil sehr ach mein Gott ist das wirklich dein Ernst ich höre jetzt auch auf das reicht ja eigentlich juhu Glücksschwein ja guck mal ich habe neun blaue ähm hier dieses Permit war jetzt eine teure Runde also wenn ich zusammenrechne was habe ich bezahlt 10 15 und 30 ne 55 ähm Diamanten ist teuer gewesen habe ich schon billiger gehabt habe ich schon billiger gehabt ähm lasst mal eben gucken Diamanten was kosten die im Moment was heißt im Moment kosten immer ja 2 Euro 2 Euro noch was 2 Euro 30 oder so hat mich die Runde jetzt gekostet ja es ist verkraftbar kann man äh machen hier was brauchen die denn für Hilfe ne bei Elke gucke ich nicht das ist mir immer zu die hat irgendwo einen Busch den man wiederbeleben muss irgendwo einen einzigen da gucke ich jetzt nicht so und hier nö ach auch nicht ne da gucke ich dann auch nicht ne das ist mir dann immer diese Wiederbeleben ich mache auch nie wieder so eine Wiederbelebenaufgabe das war so kritisch ja warte mal was war denn da ja oh nein ich habe eh voll also ich stelle euch mal vor ich habe jetzt voll die Tools gefunden und es ist eh voll ja ich bin auch ey manchmal so ja ich würde sagen ich bin ich bin auch damit heute erstmal wieder raus ähm ich weiß war ein kurzes Let's Play eigentlich ne letztes Mal war es sehr lang aber Derby ist ja jetzt erstmal vorbei gibt es jetzt erstmal nichts zu tun die ähm sagt mal schnell äh das Ding ist auch nicht so das Tal ist jetzt auch nicht so berauschend weil ja bin ich jetzt nicht so der Fan und ansonsten oh was haben wir denn da ich muss ich muss immer Sachen verkaufen ich bin nur noch Sachen am verkaufen hier Gold habe ich eben gewonnen weg damit Mann ey was oh mein Gott ja was soll ich denn noch alles verkaufen ich will die Sachen gar nicht verkaufen hier weil die Sachen brauche ich eigentlich so jetzt aber ich muss die ja auch einsammeln hier so ich bin raus für heute macht's gut und geht auch mal an die frische Luft so schöne Sonne draußen einfach ein Träumchen und ja wir sehen uns bis dann Tschüss bis dann bis dann bis dann äh Bis zum nächsten Mal.